Was ist das? Was ist das, Mann? Hallo? Was ist hier los? Hallo? Was ist hier los? Was ist das? Warum bin ich gefesselt? Ich kann nichts machen. Oh, meine Arme, Mann. Die klingt voll weh. Warum bin ich gefesselt? Ja? Du wachst es ja nicht, Ortis. Ich werde auf dir keine Aufgaben erledigen. Ich bringe dir das Gift der Dunkelheit. Mortis, bringe sie aus der Dunkelheit. Okay, ich erlebe mit deiner Aufgabe. Ich bin auch noch verdammt. Mortis, was willst du von mir? Ich habe doch letztes Mal deine Aufgaben erledigt. I have much fear. Mortis is here. Was redest du da? Ich habe doch fair gespielt. Ich habe alle deine Aufgaben. Du wolltest erledigt. Eigentlich lege jetzt nicht nochmal in Brawl Stars rein und deine Aufgaben erledigen. Ich habe doch schon alle gemacht. Mortis the Magnificent. Aber das müssen dann wenigstens dieselben Aufgaben sein. Oh, ich bin ja wieder in Brawl Stars drin. Oh, da ist ja Mortis. Mortis the Magnificent. Deswegen bin ich eine Scheine. Was gibt es für Mortis? Was muss ich jetzt wieder für Aufgaben erledigen? I bring you the Gift of Darkness. Was? Man muss mich aus einer legendären Box ziehen? Hä? Das habe ich doch niemals. Aber wie soll ich das machen? Das ist doch voll unmöglich. Okay. Man muss mich aus einer legendären Box ziehen. Gibt es nur etwas anderes, was ich machen muss? Wie ist ein Mann gegen mich? Okay. Es gibt bisher zwei Aufgaben. Gibt es noch eine? Witness my power! Oh, schon wieder den Ross besiegen. Also als erstes muss man mich aus einer Box ziehen? Also am Ende? Was? Das ist doch voll unmöglich, Mortis. Wieso ich das schaffen? Da bin ich ja für immer hier in Brawl Stars gefangen. Oh, okay. Ich würde sagen, ja, dann erledigen wir einfach mal die Aufgaben. Aber warte. Wie ist es nach der Reihe nach? Was ist die erste Aufgabe? Die zweite? Have much fear! Mortis is fear! Ja, okay. Dann würde ich sagen, Leute, bitte rüben mich, dass ich hier rauskomme. Oh, ich schaff das doch bestimmt niemals. Okay, ich würde sagen, dann probieren wir das halt. Gott, komm schon, bitte. Ich habe das letzte Mal auch geschafft. Diesmal muss ich das auch schaffen. Oh, mein Gott, ich glaube, ich bin viel zu langsam. Nein, er hat es geschafft. Ich habe verloren. Oh, nein. Betrayal! Ah, ich kann mir meinen Schuss auswählen. Ich nehme genau denselben Schuss wie Biel. Weiter bin ich mega stark. Komm schon, ich muss das gewinnen. Ich bin stärker als Mortis. Ich hoffe, ich schaffe das. Dann kann ich wieder zurück in meine eigene Welt zurück. Und ja, ich habe es geschafft. Ah, Hilfe, ich muss dich ziehen. John, John, wo bist du denn? Versteck dich nicht. John. Wo ist denn schon wieder? Und da hat sich ein Brotters laufen lassen. Jetzt kann ich mit sein. Colt eine Runde spielen, den er am 800 hat. Tschöne. Warte, ich will mal kurz. Wir müssen nur noch schauen, aber... John, wo bist du? Ich bin ein bisschen teffet hier, aber warum ist einer denn jetzt da? Justin, Justin! John, wo bist du? Warum versteckst du dich? Ich habe mich nicht versteckt. Ich bin in Brawl Stars gefangen. Mortis hat mich geholt. Du bist in Brawl Stars schon wieder? Ja, das war Mortis. John, erklär mich bitte. Wie bist du da reingekommen? Mortis war heute Morgen da und er hat mich dann einfach in Brawl Stars mitgenommen, damit ich wieder seine Aufgaben ledige. Und jetzt musst du mich aus einer legendären Boxen sehen. Du hast drei Megaboxen, die du kaufen kannst. Ich muss mich aus drei Megaboxen sehen. Das ist doch voll unüglich. Ein Megaboxen kommt mal auf das Gefühl, 15.000 Megaboxen. Das schaffst du. Okay, aber... Du hast ja auch nur drei Jams. Ich meine, aber... Du hast ja nur auch 80 Jams. Nein, das sind meine Münzen. Ich habe 300 Jams. Okay, ich ziehe es durch. Das schaffst du, Justin. Fünfer bleibende Mist. Die zweite Megabox. Auch fünf. Okay. Ach so. Okay, die dritte Megabox und die dritte und letzte. Sechste bleibende. Komm, kann er noch ein Ghetto ziehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat einen nächsten Account. Komm, drei, zwei, los. Ja, ich habe es geschafft. Der dritte Megabox. Alter, komm, kannst du jetzt wieder zu uns? Ja, das kann ich. Geh schon mal essen. Ich bin ein Superheld. Ich bin ein Superheld. Was war denn das schon wieder? Kein Akku! Was ist denn das schon wieder? Warte mal. Das ist ja genau wie letztes Mal hier alles. Was passiert hier? Warum ist mein PC an? Ich habe es doch gar nicht angeschaltet, bevor ich in den Broters gegangen bin. Mist. Was ist das? Was ist das? Ring out of Bats! Hä? Papa? Bis zum nächsten Mal.